Aber wir haben keinen Käfig mehr. Müssen wir so berühren. So ein Mist. Ich dachte, du wärst eine Fee. Der ganze Unsinn, alles umsonst. Natürlich bin ich eine Fee. Was soll ich sonst sein? Du bist ein Mensch, genau wie ich. Du bist viel zu groß für eine Blütenfee. Und eine menschengroße Fee... Da wandelt dich gleich in einen Rettich, wenn du nicht sofort still bist. Oh nein. Die Puppen, sie... Nein, bitte. Bitte tu es nicht. Ich bin nur ein einfacher Vogelfänger. Woher sollte ich das wissen? Ich mache doch nur Spaß. Ich kann niemanden in einen Rettich verwandeln. Ich kann überhaupt nichts mehr verwandeln. Aber du bist eine Fee. Ja, warum? Und wie hast du dir deine Fee vorgestellt? So viel hat sich in Legend of Zelda gespielt. Diese kleinen Pünktchen mit... Kleine Kugel mit... mit zwei Flügeln dran. Das ist... Wie hast du dir deine Fee vorgestellt? Willst du mich begleiten? Wieso? Willst du mir deine Welt zeigen? Wo überall Menschen sind? Äh, ja. Und Dächer aus Holztafeln? Genau. Die kann ich dir zeigen. Oh, wunderbar. Aber... Nein. Ich kann doch gar nicht fort. Ich muss hier beim Feentor bleiben. Ist das das Feentor? Führt es in deine Welt? Nicht mehr. Es ist verschlossen. Bist du aus dem Feenreich gekommen? Ja. Und ich kehre hoffentlich nie wieder dorthin zurück. Eine verdammte Fehe. Wieso kannst du nicht einfach mitkommen? Wenn ich weggehe, werde ich krank. In dieser Welt hält mich nur die Magie des Feentors am Leben. Warum müssen wir das Feentor einfach nehmen? Ohne ihr Zauberwasser vertrocknet meine Seele. Wie eine Pflanze. Wir nehmen das Feentor und schieben es woanders hin. Wir schieben das zu dem Haus dort rüber. Ja. Ist ja nicht weit. Könntest du nicht einen Teil der Magie schieben es woanders hin? Wie das? Wir nehmen die Magie und schieben sie woanders hin. Das ist ganz genau so. Wieso willst du nicht mehr in deine Heimat? Es ist einfach so. Schon gut. Jeder hat seine Geheimnisse. Bin gleich zurück. Okay. Das Feentor. Das ist ein kleines Geluchtskümmer. Bestimmt wollen das hin schieben. Darf ich mir eines von den Bändern ausleihen? Nicht die. Damit wollte ich... Nein. Was wollte ich denn damit? Ich schenke sie dir. Okay. Wir haben Lederbänder. Vielleicht können wir damit das Feentor mitnehmen? Auf keinen Fall, Kletterrichter hoch. Alles Mögliche könnte geschehen, wenn ich dieses Tor berühre. Vielleicht können wir es mit dem Lederband... Nein. Aha. Okay. Nun hier. So, nun... Zauberquelle? Es sieht gar nicht aus wie ein Tor. Warum? Wie soll es denn sonst aussehen? Du bist seltsam. Ja, das sagt man mir öfter. Tja, können wir vielleicht irgendwas, was wir hier... Sekunden, vielleicht können wir den Käfig wieder mit rein holen und das Tor in den Käfig packen und... Tja... Alles raus, was keine Miete zahlt. Oh, Schneckenhaus. Vielleicht können wir mit dem Schneckenhaus vermissen, wo wir die Schnecke töten. Die wird ertrinken. Das Wasser. Das ist ein praktisches Gefäß. Wenn das Wasser der Quelle magisch ist, kann Nuri es daran mitnehmen. Aber ohne dieses Zaubertor zu berühren, komme ich nicht ran. Hm. Wie kann Nuri... Ich glaube, es ist besser, wenn sie von der Schnecke vorerst nicht zerfährt. Hast du schon meinen Wasserfall gesehen? Er fließt immer nach unten, selbst nachts. Ach was. Bin gleich zurück. Mal sehen, wohin mich das führt. Okay, Schneckenhaus mit neder Band. Das Schneckenhaus wäre ein prabenders Wasser, der Quaber... Die Krabbenpule aus Nostria würde mich zwar dafür auslachen, aber es ist eine Angel. Ah, ja. Was machst du da? Gut. Aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Angel. Ähm, mit der Nietzung. Das Vernieten. Die Eichel verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Jetzt noch das Band darum, dann kann die Fee nichts mehr verschütten. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Joka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentopf. Was der trinkt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Du musst dich auch hier die Schnecke ertrinken. Fieser Mörder. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang? Warte. Schau, Geron. Ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm. Dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier, sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch. Meidet die Stadt. Was sagt er da? Zwei finstere Gestalten. Trotz Blitz erspricht der Arbe. Sie suchen deine Feen, Freundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie ebenso machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm. Bei mir und Gwinling bist du sicher. Ach, du Schande. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Warum ist Blut auf der Treppe? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Weil ihr seid, ihr seid hier. Nein. Ich muss sie verstecken. Ich muss erst Nuri verstecken. Und da haben wir noch ein Kabuff. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Banda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Die hau doch bestimmt in der Zwischenzeit ab. Oha. Was ist hier geschehen? Ach, du Schande. Der Herr, wie hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Befähig dich nicht. Ich bin bei dir. Wir haben jetzt andere Probleme. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt. Die Fee. Du musst sie, sie haben. Gwinling? Gwinling, bleib hier! Und woher sollen wir jetzt wissen, wie wir... Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er... Er braucht sie. Aber er darf sie nicht umkommen. Oh, schreckt. Das wird er bestimmt, wenn wir hier... Welcher Feenforscher? Wo wir nicht aufmerksam sind. Stirb nicht. Nicht jetzt. Er... Hat uns begleitet. Damals. Vor 13 Jahren. Er... 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 Das Tor... Zur Feenwelt. Wo ist er jetzt alles... Umsonst? Wo ist der Feenforscher? In den... Bluts... Sinnen... Am... Roten See... Er ist... Im Orkland. Es... Orks... Das ist ja fantastisch. Dann werden wir hier rüber aufs Ferngen sehen. Mhm. Finde ich auch immer... Finde ich auch immer toll, wenn... Er liegt hier in seiner eigenen Blutlache. Das ist... Also... Er hat schon niedrigerweise Blut verloren. Ist am Sterben. Er richtet seine letzten Worte. Und erzählt noch die ganze... Die ganze Rundstory. Das ist... Sehr schön in solchen Geschichten. Es ist halt... Wenn du so viel Blut verloren hast, erzählst du keine Gerichte mehr. Normalerweise. Was hast du ihnen erzählt? Blut... Habe ich ihnen... Entgegen gespuckt. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde... Einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten... Bleiche Gesichter... Und... Spitze Krallen. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Oh nein. Und so... Kann der Seher aufgehalten werden. Und fressen. Nein, ich bin kein Mörder. Dann... Wird Andergast... ...untergehen. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Es muss einen anderen Weg geben. Da. Ich kann sie hören. Die Schwarzen schwingen. Was mache ich jetzt nur? Was mache ich nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann doch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der Rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da. Da ist die Hexer. Da ist die Hexer. Oh nein. Oh je. Oh Gott. Ich wusste doch, dass sowas passiert. Nuri. Eron. Deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Das Fernsehen. Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere... Oh nein. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja. Aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schlüssel und... Warum bist du nicht im Schrank? Oh nein. Ich wollte doch nichts Boses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier rum. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. Ich komme nicht ran. Mein Arm ist zu kurz. Wie soll ich da rankommen? Wie soll ich da rankommen? Wozu denn? Geht nicht. Hm. Natürlich nicht. Unsinn. Das macht sie nur für... Deine Flöte. Oftmals werden Finsterlinge durch Musik vertrieben. Nicht diese. Das stimmt nicht. Keine Zeit für... Ich glaube denen steht der Sinn nicht nach Verhandlungen. Tja... Wir müssen was finden womit wir... Jetzt brauchen wir das Messer. Immerhin ein Andenken an Gwinling. Gucken wir damit vielleicht. Mein Arm ist zu... Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher. Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? Nicht nötig. Es ist tatsächlich wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. Aha. So wird das nicht. Stechen, schneiden. Ich weiß nicht. Okay. Gehen wir mal nach unten. Deine Fee ist in Gefahr. Nacht A. Du schon wieder. Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen. Wie eine Hexe. Hilf ihr bevor es zu spät ist. Das habe ich vor. Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befragt. Das wissen wir doch schon. Das wissen wir doch schon. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Warum wollen sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stall mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr her sahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Schalterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daher schwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer bevor es zu spät ist. Habe ich vor. Ich denke mir was aus. Mach schon. Flock ausziehen. Zu fest. Mit bloßen Händen. Gut. Erst das Seil. Dann der Pflok. Nein. Augenblick. Andersrum. Sonst überrollen mich unten die Fässer. Ja. Aber wie. Vielleicht mit der Krücke. Wozu habe ich einen Hammer? Damit kannst du doch nur. Mach es doch nur weiter rein. Okay. Wir haben jetzt einen Flock. Damit können wir. Weil sie uns noch böse wird. Die Hexe mit dem Flock. Ach ne. Das war bei Vampiren. Das war. Hat der Fehl gemacht. Jetzt haben wir eine sichere Mauer hier. Vorerst. Nuri. Geron. Deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst dass sie mir etwas tun. Sind nicht meine. Ohne. Kannst du richtig zaubern, Nuri? Und kaputte Dinge wieder heil machen? Meist schon. Heil machen ist ganz leicht. Ich bin bald wieder zur Ritte, Geron. Hmm. Dann wird das Team heute nicht aufhalten. Geht nun mal Nuri da jetzt runter. Das geht so nicht. Sie stechen wollen wir ja nicht. So. Was machen wir nun? Hast du einen Tipp? Rabe. Deine Fee ist in Gefahr. Nacht. Ah. Du schon wieder. Ein Mob hat sich verdreht. Hilf ihr. Bef. Ich denke mir. Was machst. Tja. Also. Wie lange wird das Team. Vielleicht kann ich rüber. Ich muss jetzt auch schon Fenster klettern und. Es schießt nicht mehr das Spann. Wie lange wird das Team. Können wir vielleicht drüber klettern. Das war die Idee. Nuri. Geron. Deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Tja. Ja. Das hat man glaube ich schon. Richtig zaubern. Meist. Kannst du. Meist. Ich bin bald der Geron. Tja. Äh. So. Nicht jetzt. Äh. So. Verdammt. Gwinling. Warum bist du immer so unpräzise? Tja. Verdammt. Was mache ich? Ich habe keine Ahnung. Wozu? Verdammt. Was mache ich? Ich habe keine Ahnung. Deine Flöte. Oftmals werden nicht diese. Tja. Wenn wir uns nicht mehr helfen. Vielleicht kommen wir mit dem Hammer irgendwie hier was kapuf kaputt hauen. Ich muss das Scharnier losschlagen. Vielleicht kann ich mit der Tür eine Brücke zur Mauer bauen. Ah ja. Sehr schön. Tja. Na dann. Oh. Sehr schön. Was ist denn hier passiert? Keine Zeit. Wir müssen die Stadt verlassen. Ist er tot? Denk nicht an ihn. Wir müssen hier weg. Er wollte, dass du stirbst. Und wenn wir hierbleiben, dann wird das auch geschehen. Was? Woher weißt du das? Da ist es fällig. Hat er mich gebeten, dich zu töten. Aber das werde ich nicht. Ich werde dich beschützen. Also bitte vertrauen mir und komm endlich. Ihr könnt herauskommen. Der Mob hat sich beruhigt. Aha. Ist glaube ich ja kaum. Das war der Gong für die sechste Abendstunde. Ich sollte jetzt eigentlich ein Held sein. Ein Held? Der König hatte mich gebeten, die Krähenplage in seiner Burg zu beseitigen. Damit hätte ich es ihn allen gezeigt. Krähenplage beseitigen? Ja, da können wir wohl nicht zurück. Das sind wirklich die Akte. Einer soll zwingen. Ups. Jetzt wird es für eine Krähenaufgabe. Sie würden euch sofort finden. Warum weißt du so viel? Wieso hilfst du uns? Ich habe meine Gründe, Nachthaar. Nur gut, dass diese Kreaturen euch nicht vor mir gefunden haben. Nachthaar? Geron, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Roten See in den Blutzinnen. Ins Orkland. Ins Orkland? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Windling sagte etwas von einem Feenforscher. Er wird sich mit unserem... mit dir auskennen, Nuri. Er wird dir helfen. Vielleicht kann er mir zeigen, wie ich wieder zaubern kann, ohne Schmerzen. Ja, bestimmt kann er das. Was glaubst du, Rabe? Hm. Denkbar wäre es. Der Forscher darf mich aber nicht zurück in meine Heimat bringen. Dort will ich nie mehr hin. So nicht. Mach dir keine Sorgen, Rabe. Er macht schon keine Dummheiten. Ich hoffe, du hast recht, Kind. Zum ersten Mal in seinem Leben verließ Geron seine Heimat. Er wusste nicht, wo genau der Rote See lag und ob er den Feenforscher dort wirklich finden würde. Oder wie dieser ihm helfen könnte. Er folgte dem Weg einfach nach Norden. Wie hätte er ahnen sollen, wohin ihn diese Reise noch führen würde? Nuri hatte alle Sorgen hinter sich gelassen. Endlich war sie frei. Und sobald sie den Feenforscher gefunden hätten, würde sie sogar wieder zaubern können. Dann würde sie in jedem Baum einen Regenbogenvogel setzen und Geron ein fröhliches Gesicht malen. Derweil verfolgte Geron die Stimme aus seinem Traum. Und ihre entsetzliche Prophezeiung erfüllte ihn mit Zweifel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017